was mit den tafeln machen wir gleich ich will mal noch ein bisschen erkunden und ach ja da war der quest typ der alchemist alter converter da war genau da kommen wir aber nicht mehr rein da war blödsinn die kiste kriegen wir auch nicht auf was wollte ich denn jetzt überlegen überlegen bastion ach so genau ich wollte mal zurück und wollte mal gucken wie mir erhungenschaft ob wir da wo das haus stand da noch was finden können hier alles abgesucht ne sieht nicht so aus die menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt na komm Dex was machst du denn da was hier waren wir irgendwo drauf ne ähm ja ok haha oh ist die Tür drin Wasser Honig Chili Irgendwas quäkt hier rum Moment ich hab's genau gehört ach da ja sehr schön das ging relativ flott ein ein lagerfeuer ich guck gerade überleg eigentlich hier war die hütte ne also theoretisch gesehen ich meine wir hatten sequenzen und co das müsste die hütte gewesen sein ich weiß nicht wie gefährlich es da jetzt ist aber möchten wir das gerne mal anschauen und wir haben kaya dabei die wird uns sicherlich ein paar gute dienste leisten oh keine pfeile stimmt ja doch hier sind pfeile ne bolzen sperr ähm probier das mal so und bin mal gespannt ob wir gegen so ein Vieh ankommen zu zweit frisch zucht tracker aber kaya nicht auf mich danke ok scheint zu gehen guck mal die kriegen auch Brandschaden wenn die dauerhaft coole sache dunkles elex also die scheinen hier zu gehen die sind nicht ganz so doll wie die letzten die wir gesehen haben ne hier ist nix und hier ist nur lauter wasserfall die frage das ist nicht das was auf der hütte gelandet ist oder das war nicht die hütte oder ist noch einer sicher 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 ja du kackvieh komm sehr kollege komm sehr kollege gibt's ne ladung kaya macht ganz schön schaden ne das hat sie früher schon ach 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 Gott Brenn! Danke! Kannst du mich... Nee. Heilen kannst du mich nicht. Schade. Jetzt ist die Frage... Was ist das? Kann ich nichts mit anfangen, ne? Nee. Kann ich nichts zerstören, weil ich nicht weiß, was es ist. Ich nix mit anfangen. Ich glaube, das ist das kleine... Tal, wo er sagte, wir schleichen uns mal lieber dran vorbei, ne? Genau. Ja, das ist der Punkt, wo er sagte, wir schleichen uns mal dran vorbei. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Jetzt gehe ich noch... Entschuldige mich? Ich erinnere mich aus dem neuen Wir hatten ja noch kein Jetpack an der Stelle, ich erinnere mich. Wir sind hier dann bestimmt auf ein, zwei Sachen, die wir noch draufklettert, ne? Hier hatte ich ja versucht hochzukommen, ging nicht, aber hier ist nichts weiter. Hier hat es uns doch irgendwo runter geblasen gehabt. Gefährliche Gegend. War so ein bisschen. Hier oben ist irgendwie so ein umgefallenes Gebäude, glaube ich. Das klang, als hätte man sie abgeballert. So, jetzt wird es interessant. Irgendwelche Viecher? Nicht wirklich. Also noch nicht. Hier geht es rein. Klingt nach Metall. Boah, das Kluckern von seinem Magen, ne? Das ist so ein bisschen wie die Converter früher. Bloß halt organisch. Ich frage, ob man die Dinger irgendwie tot machen kann hier. Ich glaube nicht, dass wir hier groß was von der Hütte noch finden. Ich würde sagen, hier sind keine Gegner, aber da habe ich mich getäuscht. Quickseed war jetzt vielleicht nicht die schlauste Variante gerade. Ja, ich gebe mir Mühe. Der steckt das ein. Zum Glück ist der hier dabei. Oh, das Brandschaden. Oh, der teilt ganz schön aus, der Kollege. Oh, Kaya ist down. Lauf, 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 Lauf. Scheiße. Lauf, Lauf, Lauf. Kaya sticht so wieder auf. Geht das? Ich brauche einen Freund. Der uns erwischt, sind wir gegrillt. Aber richtig. Oh Gott, der ist immer noch da. Ist Kaya jetzt endgültig tot, oder steht die wieder auf? Respawn die quasi, die im ersten. Keine Haltreinchen mehr auf Quickslot. Kaya? Steckt mal Waffe weg, danke. Ne, ich habe die Haltreinchen ausgesoffen. Jedenfalls die kleinen. Ach, da ist sie. Kannst du mal, danke. Ah, sehr schön. Darum sind es noch einmal drei auf der Karte. Kaya macht das schon. Ich gucke mich nur mal kurz um. Danke. Das ist noch so ein anderes Vieh. Ach, scheiße. Okay. 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 Das lebt ja noch. Okay, bye. Oh, na toll. Hat sich voll gelohnt. Okay. Das sieht aber jetzt sehr Hightech aus. Ciao. Scheiße. Ja, scheiße. Ah, hier ist noch was. Oh, ho, 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 ho. Das verdammt groß, das Ding, ne? Wir sind sowieso gleich sowas von tot. Aber ich dachte, wir nutzen die Chance, um uns mal einfach mal umzugucken hier. In der Höhle des Löwen. Oh, das ist eine Konsole. Oh, scheiße. Am. Am. Okay, Kaya hat den abgelenkt. Jedenfalls kurz. Scheiße. Nein, ich, ähm. Pack. Oh, ich stehe noch. Ich hätte gedacht, ich gehe drauf. Ich trinke mal kurz einen Heiltrank. So. Wie ist weg, oder? Weiter geht's. Hm. Kann ich nischt mit anfangen. Schade. Wahrscheinlich weiß ich einfach noch nichts, was ich damit machen soll. Gut. Vielleicht kommen wir ja doch noch wieder heil aus der Sache raus hier. Das Ding hat sich ganz schön tief in die Erde gebohrt, ne? Ich gehe davon aus, wir sind bald eh, wie gesagt, tot, was das angeht. Aber so mal gucken, was hier so abgeht. Bäh. Das ist irgendwie so ein Kackvieh. Ich gehe never die Beine in die Hand, wenn sie uns sehen. Oder vorher. Oh cool, was ist das? Ist das ein Teleporter? Oh Gott. Oh Gott. Was zum... Okay. Au. Hm, da ist noch einer. Oh, geht's runter. Na holla, die Waldfee. Oh, Gift. Nicht gut. Hi Kaya. Bye Kaya. Ciao. Hm. So. Was bist du für einer? Kurator. Was ist das? Aua. Nur eine Animation, schade. Na ja. Scheiße. Ja. Wieso bin ich jetzt hier? Na gut, egal. Raus aus dem Ding. Huch. Okay, die können Teleport. Interessant. Ähm. So. Ja, der... Oh. Wollt ihr um. Okay. Ein Hetzer. Oh, einer geht tatsächlich. Also. Ja, einer geht. Und tschüss. Tot. Vorsetzen. Na hoppala. Na hoppala. Lass mal quicksafe laden. Ja, ja. Okay. Interessanter Ausflug. Raus aus dem Ding hier. Ja, nee. Das wird ohne entsprechende Ausrüstung nischt. Definitiv nicht. Also interessant, dass es jetzt runter geht statt hoch, ne? Gut, ich meine, wenn wir ein bisschen stärker sind, können wir hier in Ruhe nochmal aufräumen und umgucken. Ob wir hier außen noch was finden. Ein so ein Kackvieh. Ist das genauso stark wie das drin? Ja. Achtung! 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 Moment, wahrscheinlich bin ich gleich essig. Mal gucken, ob wir den down kriegen. Der findet nicht ganz seine Ausdauer, ne? Au, fuck. Schade. Hm, der wäre aber machbar. Oh, ein komischer Vogel. Also von der Hütte ist tatsächlich nix übrig, ne? Also null. Ach du scheiße, wenn ich das da hinten sehe, wird mir auch ganz anders. Guck mal. Ich wollte sagen, was denn jetzt los? Irgendwas hat das aufm Kieke, aber das ist Kaya, die hier Troublem macht. Ja. 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 Ja.